hallo freundes geile youtube sports willkommen zurück hier auf zombie ami triologie ja wir machen jetzt weiter meine webcam sieht als etwas anders aus damals war es ein bisschen länger er das gespielt habe ich musste erst mal bis dahin wieder spielen weil der rest der aufnahme da sind andere festplatte mal das hat der ein oder anderen stream hat ja wahrscheinlich mitgekriegt hat etwas gedauert da war eine falsche festplatte dann habe ich mal eine neue festplatte gekriegt und ja da war die letzte teil der aufnahme was wie es dann hier weitergeht also wir in der letzten in der letzten aufnahme video auf dieser playlist gesehen habt also ich glaube aufnahme 5 muss das gewesen sein ja ja da bin ich dadurch die tür gelaufen oder dann war dann beendet da fehlt ja noch ein stück naja jetzt muss ich ab hier habe ich dann wieder vorgespielt und da wollen wir jetzt hier mal weitermachen wir uns schlagen ich hoffe dass die einstellungen soweit alle wieder drin habe und das ist uns tun oder die waffe ich finde die waffe ist etwas sehr ungenau munition voll ja man kann wechseln ich habe jetzt 30 von 100 bei der anderen hatte ich auf 200 thompson maschinengewehr 30 von 30 wer seht und dann hier 32 von 32 also ein bisschen merken weil ich hatte vorhin mal munition nimmt da nicht mit ja dann war ich von 187 so das sollte eigentlich reichen da kann man auch guckt man eigentlich schon 355 ja das ist schön die bald man da haben wir genug munition von wir müssen da unten lang ok jetzt haben wir dazu gemacht finde ich ja gar nicht so toll haus frauen ja ich habe das mit einer haus frau schon kapiert aber vorsichtig durch das haus liegt nie so ich habe auch erstmal nach oben aber dann war die da wird voll so ja guck mal da so schade dass dieses keine jawohl sehr schön genau das wollte ich haben hatte ich schon durchgesucht okay da gibt es doch nichts mehr die war auch nicht mehr so wir kommen wahrscheinlich wir müssen also hier runter oh mein gott wirklich schlecht geworden das gibt ja gar nicht das wird natürlich nicht angezeigt schweinerei häufig labert immer wieder nach da war noch da waren noch drei von diesen kackviechern der hat nix ja voll in den hals ich glaube da links jetzt war das rechts ne links rechts muss gucken wo ich da langkomme ich weiß dass man das umgehen kann das war jetzt war aber das ist mir zu viel da wir werden da ewig zugange die alle abzuballern deswegen mache ich das jetzt einfach mal ich habe zu achten so das ging jetzt das konnte ich nicht anders machen so manche sachen kann man das ist sneaky durchgehen da sie von 99 über 5 99 aber da habe ich glaube ich zieht verlor jetzt müssen wir aber erst mal wieder ab das kann ja sogar was werden für die absenken hier das ist macht so mega laune ja voll durchs bull auge alter knipsch wo will er denn hin kommt er nochmal zurück so na jetzt aber guck mal die hat einen leichten drallen dem habe ich eine blau bände zahl geschossen aber hallo ok die sind ja einfach und da kann man schon wieder neu was beißt jetzt metall ihr lasst jetzt metall weiß das sieht edel aus es ist edel metall ja der ist klar ja kraul mir ein guck mal kraul mir ein hier was wir die ganze sippe man kann denn da ja 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 guck mal der kriegt der mit der schnute da oben dran ja ich hoffe ich habe das auge getroffen so und da kommt bei jedem ja jetzt geländer ja auch guck mal hier das bruder von ihm das war bestimmter bruder von kalle gerade kalle krawule ja 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 das war schon ja genau kombo kombo äh ja 26,2 meter kopfschuss nein ausgerechnet ab jetzt aber er musste schnell als nein es liebt mir das ist so er war gut er war mega er verschwindet mit so war dann mal dann da hinten aber noch ein paar kaffeetüten rummuppeln das ist noch einer jetzt erst mal da war es gar nicht wie ihm geschieht der wiese hatte er hat irgendwie gelächelt warum auch immer weiß nicht wo der hin will so er dürfte eigentlich auch nicht mehr aufstehen nach wo habe ich zu tief jedoch das hat doch weiß kopfschuss die kiefer was kommt gönner zu kommen was haben wir hier vor allem aber das gibt es doch nicht alle marie warum trist du nicht mehr jetzt aber ja wohl das ist strahlermann der nenne ich jetzt strahlermann strahlermann ist weg hier strahlermann nimm erstmal den einfachen alter gut das war halt das gäbe ich zu 500 wo ist ja die am wasser das hat sich bestimmt weh getan da hinten rollt der kopf noch alter wort ok creepy spiel ich denke jetzt aber nicht friseur ok cool ja nein das ist so viel bewegt das habe ich denn ich bin großartig mein bruder steht auch so auf snipen ich glaube das spiel wird ihm auch gefallen ich habe nur noch einmal dann lad ihn mal nach so dann einfach mal den hier da er geht zurück äh der typ ist doch scheiße den kriege ich von hier aus jetzt nicht warte ok gibt es keine munition mehr ich habe nur 93 das ist ein bisschen wenig da ist auch nichts mehr das muss ich aufmachen damit ich sonst hier was hat er jetzt genommen dann kriege ich von hier aus nicht ne das ist auch so wenn einer steht ok so oh die habe ich voll übersehen vorhin das ist ja schwer am atmen oder oh 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 der geht doch bestimmt nach dem hals oder so da geht doch er zieht somit dann auch neben luft ob man wieder war voll so jetzt haben wir so die gefiedel musik hier da kommt dazu also ein schreiender da geht okay ja 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 das so die haben wir auch glaube mal nach bitte ich weiß was da der klack waffe anlack waffen mann alles hier ruine einer und ist hier passiert erschreckt er mich diese alte brüllmücke ich weiß dass da welche dritte sind komo abgeboren hat auch seine kohle kombi da kommt das der traut sich nicht oder was ich auch nicht gerade oh ja 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 da daraus lockt habe ich mehr bewegung aber wiedersehen volle munition ist klar keine ahnung was denn muschelt so mäuschen ich verstehe so ist mittwoch ausstellen was kommt was ostkopf bis vor aber in der ja war doch gut das wird ja 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 doch her nur einer Ach nein, Mann, ich dachte, er ging in den Kopf, ey. Sauerei. Da ist er. Ja, und immer fliegen die Mützen hoch. Ihr wart das gleiche Thema. Alter. Nein, ach Mann. Ich könnte jedes Mal denken, da kommt einer voll. Oh, guck dir das an, ein Horn. Ja, gut, das ging eher ins Auge, aber ich dachte, das geht genau im Mittelstirn. Ich bin auch da ruhig. So. Ja, oh, da ist er. Yes. Hehehe. Und das macht so einen Spaß. Boah, guck mal, ganz knapp über den, äh. Ein Boden, also beziehungsweise ein Fensterboden. Sinds. So, Mannachladen. Nachgeladen, aber. Ja, da ist so ein Krach, ey. So, ich, ich muss da lang. Glaube ich zumindest. Ja, aber ich will mich, warte, ich hab erstmal hier, das hab ich hier irgendwas übersehen, oder so. Kann man mal umgucken. Aha. Guck mal einer an. Einmal Kopf hoch, und die Kugel muss rein. Yes. Sehr gerne. Ich, 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 welches. Ich, ich. Ich, ich, ich. Vielen Dank.